Wir beginnen mit der pauschal notierten, als der älteste Durchführungsweg, ich habe ihn im ersten Teil vorgestellt, mehr als 150 Jahre alt. Und was mein Anliegen ist, was ich ein bisschen rüberbringen möchte, das ist einfach die Einfachheit, wie das betriebswirtschaftlich einfach ist, einfach wirkt und eigentlich die Genialität in der Wirkweise von diesem alten Instrument. Ich nenne es zwischenzeitlich hauptsächlich die Unternehmenskasse, weil sie wirklich die Unternehmenskasse ist. Ein Kollege sagte immer dazu, die arbeitnehmerfinanzierte Unternehmenskasse, es ist wirklich ein einfaches und geniales Instrument. Auf der Folie möchte ich nur ganz kurz, da möchte ich nur den Steuereffekt und einen großen Rahmeneffekt am Arbeitgeberfinanzierten Beispiel darstellen. Ich habe ja gesagt, Arbeitgeberfinanziert machen wir immer weniger, ist bei uns ungefähr jeder zehnte bis jeder zwanzigste Fall, ist Arbeitgeberfinanziert, sind nur ein paar Unternehmen, die man Arbeitgeberfinanziert pro Jahr einrichten. Wenn ich es mal anschaue auf Versicherungslösung, wenn ich hier 1000 Euro einzahle, habe ich natürlich 300 Euro Steuervorteil, 30 Prozent, 300 Euro Steuern, die ich zurückbekomme oder gar nicht zahlen muss. Das heißt, mir fehlt am Ende des Tages 700 Euro Liquidität. Zahle ich das Ganze in die pauschalnotierte Unterstützungskasse ein? Ich muss es gar nicht einzahlen, ich muss das Geld gar nicht fließen lassen, aber ich habe buchungstechnisch zumindest auch einen Aufwand von 1000 Euro und auch einen Steuervorteil von 300 Euro. Dadurch, dass mir das Geld im Endeffekt überhaupt nicht abfließt, betriebswirtschaftlich, habe ich eine Mehrliquidät von 300 Euro. Einmal habe ich 300 Euro Mehrliquidät, das ist im Prinzip der Steuervorteil, den ich generiere, weil ich praktisch technisch durch einen Aufwand an Steuervorteil generiere und im anderen Fall habe ich eine fehlende Liquidität von 700, im Vergleich ist es, habe ich als Mehrliquidät im Vergleich zur Versicherung 1000 Euro. Das ist einmal der Grundeffekt, wie es funktioniert, wie ich aus dem Ganzen einfach Geld im Unternehmen lasse, beziehungsweise noch Steuervorteile zusätzlich generiere. Das ist der Arbeitgeberfinanzierte Teil, nur, dass wir das Prinzip grob drin haben. In dem Schaubild kann man es ganz einfach sehen, nochmal der Vergleich. Zahle ich als Arbeitgeber 100 Euro in der Versicherung, ist einsicher, es kommt kein Cent mehr zurück, es ist nichts beleihbar, es ist nichts rückholbar, es ist nichts stornierbar, ich komme an das Geld nie mehr ran und ein Mitarbeiter bekommt eine mehr oder weniger Bescheidung, Leistung, zum Beispiel hier 200 Euro. Mache ich das hier gewinnorientiert als Kapitalmarktlösung, durch die firmeneigene Unternehmenskasse, durch die Unternehmensbank, zahle ich auch 100 Euro ein, beziehungsweise lasse die möglicherweise gar nicht fließen. Habe die also weiter in meiner Sphäre, mir ist gar nichts abgeflossen und ich habe weitere Vorteile, wie Steuersparnisse obendrauf. Also ich habe nicht bloß das Geld, sondern noch zusätzliche Liquidität generiert, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und ein Mitarbeiter bekommt deutlich mehr. Und warum bekommt er deutlich mehr? Einfach weil wir das eingezahlte Kapital verzinsen, weil wir tendenziell ein bisschen mehr verzinsen und weil wir andere Rentenfaktoren, die man halt für fairer oder angemessen hat, die man mit dem Unternehmer besprechen oder vorrechnen, besprechen. Und wie gesagt, beides ist gespaltbar, beides wird vom Arbeitgeber so vorgegeben. Wenn wir uns mal anschauen, was ich hier über die Zeit steuerlich gelten machen kann, das ist ja das Interessante. Da kann ich zum Beispiel hier beim 30-jährigen Mitarbeiter bei 100.000 Euro Zusage sogar 160 Prozent steuerlich gelten machen, die ich in meiner steuerfreien Sphäre habe und steuerfrei angesammelt habe. Das ist mal ganz grob das Prinzip, wie es funktioniert. Das ist das Prinzip, wie es funktioniert.